Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Doch bevor ich jetzt hier auf den neuesten Shop gehe, wollte ich einfach mal ganz kurz sagen, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, wenn ihr keine Videos mehr zu dem Shop verpassen wollt. Das würde mich auf jeden Fall auch echt mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Jetzt sind wir auch schon im Shop vom heutigen Tag und wir sehen direkt den neuen legendären Valkyrie-Skin. Das ist jetzt hier der passende Skin zum Frostwing-Hanglider und ich würde sagen, ich zeige mal direkt jetzt hier den Skin. Und zwar sieht der hier so aus und der hat ja auf jeden Fall solche Flügel auf dem Rücken. Und die sehen halt genauso aus wie der Hängegleiter und das gefällt mir echt verdammt gut. Das hier ist halt so gesehen die weibliche Version vom Ragnarok-Skin und auf jeden Fall sieht das Skin echt verdammt krass aus. Man kann auch hier bei den Augen sehen, dass hier dieser blaue Effekt hier halt ist. Das ist ja auch beim Ragnarok-Skin und das sieht auf jeden Fall auch verdammt krass aus. Und im großen Ganzen gefällt mir das Skin echt verdammt gut. Und ich zeige jetzt nochmal ganz kurz den Hängegleiter und zwar ist das hier der Frostwing-Hängegleiter. Der sieht hier so aus. Und der ist immer noch relativ laut, ist halt so ein riesiger, lauter Hängegleiter. Und der macht ja auch wieder diesen Strahl hier, genau diesen. Und auf jeden Fall sieht dieser Hängegleiter auch verdammt krass aus. Und der kostet hier 1500 Rewags, ist halt ein legendärer Hängegleiter. Auf jeden Fall sind das hier dann die beiden neuen Gegenstände. Das ist dann nochmal heute und morgen hier im Shop. Und ansonsten sind hier nochmal die Belper-Stufen. Man kann sich hier also wieder mal wie gewohnt 10 Stufen kaufen. Und ansonsten ist hier noch der Raufbolding-Skin. Und der Skin sieht eigentlich auch noch ganz okay aus. Ist halt was ganz Schlichtes. Aber ich finde 1200 Rewags ist dafür ein bisschen zu viel. Dennoch sieht das Skin eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Dann ist hier die Turmspezialistin. Und der Skin ist eigentlich auch nichts mehr Besonderes. War jetzt auch schon ein paar Mal im Shop. Ist also auch nichts mehr Seltenes. Aber für den Preis sieht er eigentlich auch noch ganz okay aus. Dann haben wir hier zwei Emotes. Einmal das gut schüttelnde Emote. Ja das war auch schon das Emote. Der hat hier solche zwei Rasteln in der Hand. Und dann kommt diese fröhliche Musik. Passt auf jeden Fall sehr gut. Und dann ist hier noch das Capoeira Emote. Ja das war auch schon das Emote. Ich weiß immer noch nicht was ich von diesem Emote halten soll. Aber es sieht auf jeden Fall echt verdammt lustig aus. Und jetzt würde ich sagen kommen wir schon zum letzten Gegenstand. Und zwar den taktischen Spaten. Und diese Hacke war schon sehr oft im Shop. Die hört sich hier so an. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Mir gefällt die jetzt nicht so sonderlich gut. Aber die kostet ja auch nur 500 V-Bucks. Und ich denke mal für den Preis ist die eigentlich ganz okay. Und das war jetzt schon der Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.